Wir wissen, der Kampf um die besten Köpfe, um die Talente da draußen ist hart. Dass auch der FC Bayern sich anstrengen muss, um die Leute zu überzeugen. Wer dieses Unternehmensziel im Kopf hat und dabei dann eben auch noch modern arbeitet, der ist für uns eigentlich der geeignete Kandidat. Du bist Teil von einem internationalen, globalen Unternehmen, was natürlich wahnsinnige Entwicklungsperspektiven bietet für die Karriere. Warum machen wir das alle? Wir machen das deswegen, weil wir am Ende einen Pokal oder eine Schale mehr haben wollen als andere. Feiern, das macht ja immer Spaß, auch wenn man zum achten Mal in Folge feiert, glaube ich, macht es noch Spaß. Und so ist es bei uns, bei unseren Projekten auch. Also insofern ist es was ganz Wichtiges, Erfolge feiern.